Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Wilk und in dem heutigen Video möchte ich dir einmal ganz kompakt erklären, worum es geht, wie du ein Setup, ein steuerliches Setup hier auf Zypern aufsetzen kannst im Jahr 2024 und wie du am einfachsten von A nach B kommst. Also, wenn du dich interessierst für das Thema Auswandern nach Zypern oder eine Gesellschaft auf Zypern gründen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran und schau dir das Video bis zum Ende an. Also, ich starte mal mit der Wohnsitznahme. Das ist natürlich das ganz, ganz Entscheidende. Um hier auf Zypern steueransässig zu werden, um in den Genuss der sehr, sehr umfangreichen steuerlichen Vorteile zu kommen, benötigst du natürlich einen Wohnsitz in der Republik Zypern. Das heißt, im südlichen Teil Zyperns, im griechisch-zypriotischen Teil, nicht etwa im türkischen Teil. Natürlich kannst du in den türkischen Teil, in den nordzypriotischen Teil ziehen, aber da ist ein völlig anderes Rechtssystem. Es ist nicht Teil Europas und die Vorteile mit der geringen Körperschaftsteuer, mit dem Norden-Dom-Status und so weiter und so fort gelten nur in der Republik Zypern. Nur, dass du da keine Verwechslung hast, womöglich. Ja, wir haben manchmal auch die Kombination, dass jemand im Norden einen Teil der Zeit verbringt, also einen Wohnsitz hat, meint, wer einen Nebenwohnsitz hat, aber eben das offizielle steuerliche Setup in der Republik Zypern im Süden läuft. Auch das ist möglich, aber ganz, ganz wichtig, du brauchst einen Wohnsitz in der Republik Zypern. Das kann eine Mietimmobilie sein, du kannst eine Wohnung anmieten, beispielsweise in Lanarka schon für 600, 700, 800 Euro. In Lanarka beispielsweise schon für 600, 700, 800 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Monat. Also auch, wie ich finde, relativ preiswert und das ist sozusagen das Minimum. Wenn du es sehr, sehr einfach und kosteneffizient haben möchtest, kannst du eine kleine Wohnung anmieten in Lanarka. Dabei unterstützen wir auch sehr, sehr gerne. Die Alternative ist der Immobilienkauf. Also auch Eigentum ist natürlich möglich. In der Regel im ersten Jahr kauft man nicht sofort, sondern mietet natürlich erstmal. Da kann es also auch dann die 12-Monats-Miete sein, der 12-monatige Mietvertrag für den Beginn. Wenn du das hast, dann können wir einen Termin machen für die Immigration, für die Wohnsitzanmeldung hier in Lanarka, ganz offiziell sozusagen, dass du einmal die zeitlich unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommst für Zypern. Das ist nämlich für EU-Bürger relativ einfach geregelt. Du brauchst einige Unterlagen, neben dem Mietvertrag eine Krankenversicherung. Du brauchst Kontoauszüge. Du brauchst entsprechende Nachweise über die bisherige Tätigkeit. Lohnabrechnungen oder auch Handelsregisterauszüge und einige andere Dinge. Und diese Unterlagen bereiten wir dann sehr, sehr gerne auf, sorgen für die entsprechenden Übersetzungen und machen dann mit dir einen Termin bei der Immigration-Behörde, beispielsweise zwei oder vier Wochen im Voraus. Man kann es auch längerfristig planen. Wir haben da entsprechend vorgefertigte Termine. Das heißt, du hast nicht die üblichen Wartezeiten, die gar nicht so ohne sind. Die sind teilweise bei zwei bis drei Monaten, sondern wir können da jederzeit mit dir gemeinsam einen Termin finden, der sozusagen in deine Planung passt, in dein Setup perfekt reinpasst. Zu dem Termin begleitet dich dann mein Mitarbeiter Kostas, der schon einige Jahre für uns hier in der CMC tätig ist und sich auf das Thema Immigration spezialisiert hat. Er kennt natürlich auch die Sachbearbeiter in den Behörden sehr, sehr gut. Wir genießen ein sehr großes Vertrauen. Und das ist natürlich auch positiv für den Mandanten, weil der Termin entsprechend etwas entspannter abläuft, etwas routinierter und das Ganze etwas schneller und unbürokratischer abläuft, als wenn man jetzt vielleicht selbst versucht, sich da durchzubeißen oder jemanden beauftragt, der vielleicht jetzt nicht so die großen Erfahrungswerte hat mit diesem Thema. Bei dem Termin, der ungefähr eine halbe Stunde, Stunde dauert, bekommst du dann auch direkt die unbefristete Aufenthaltserlaubnis, den sogenannten Yellow Slip. Das ist ein gelbes Stück Papier, ein gelber A4-Zettel. Und mit diesem Dokument bist du dann offiziell in der Republik Zypern wohnhaft. Also ein ganz, ganz wichtiges und zentrales Dokument, das man da nicht außer Acht lassen sollte. Wenn du das dann hast, dann kannst du offiziell unternehmerisch tätig sein, dann kannst du eine Gesellschaft gründen auf Zypern und auch in dieser Gesellschaft als Geschäftsführer, als Director, angestellt sein. Auch ganz, ganz wichtig. Dazu komme ich aber gleich. Erstmal möchte ich noch was über den Non-Domicide-Status, den Non-Dom-Status sagen. Denn dieser Status ist ganz, ganz besonders. Der besagt, falls du das noch nicht weißt, der erkläre ich es einmal. Der besagt, dass du als Nicht-Zypriot 17 Jahre lang steuerfrei bist auf Kapitaleinkünfte. Insbesondere Gewinnausschüttungen, aber auch Zinseinkünfte. Du bist also von der sogenannten Verteidigungsabgabe, man würde sagen, von der Kapitalertragsteuer befreit. Also eine ganz zentrale Steuer, die du dann nicht zahlen musst. Das kriegst du schwarz auf weiß vom Finanzministerium. Wir haben bereits viele 100 Fälle begleiten dürfen und haben da auch eine 100%-Quote. Also du kannst dich da wirklich zu 100% drauf verlassen, solange du die Mindestanforderungen erfüllst. Die Mindestanforderungen sind, mindestens 60 Tage im Jahr auf Zypern sein und nicht mehr als 283 Tage irgendwo sonst. Dann brauchst du den wirtschaftlichen Bezug zu Zypern. Das ist in der Regel die Mietimmobilie, die 12-Monats-Miete oder eben auch die Immobilie im Eigentum. Und der dritte Punkt, das ist der wirtschaftliche Bezug. Das bedeutet, dass du eine Gesellschaft hast auf Zypern, in der du dann selbst angestellt bist. Das ist zumindest der übliche Weg. Natürlich gibt es immer auch, und das muss ich auch hier sagen an der Stelle, es gibt natürlich immer auch Varianten. Klar, der Teufel steckt im Detail. Deswegen geht nichts über eine individuelle persönliche Beratung. Und natürlich hast du die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch mit mir zu führen. Du kannst dir unter dem Video einen Termin aussuchen und dann können wir deine spezifische Situation einmal durchsprechen. Völlig unverbindlich, völlig kostenfrei. Und ich kann meine 14-jährige Erfahrung auf Zypern mit dir teilen. Und wie gesagt, wir machen den ganzen lieben langen Tag nichts anderes als steuerliche Setups hier auf Zypern zu begleiten. Das betrifft nicht nur das Onboarding am Anfang, das ist natürlich der Startpunkt, sondern eben auch vor allen Dingen die laufende Buchhaltung, die Jahresabschlüsse, aber eben auch Lohnbuchhaltungen, Umsatzsteuermeldungen, Sekretariatstätigkeiten, rechtliche Begleitung. Wir haben eine Anwaltskanzlei hier mit im Haus und decken da tatsächlich alle Themen von A bis Z ab und freuen uns natürlich immer, wenn wir potenziellen Mandanten weiterhelfen können. Aber auch wenn du nicht Mandant bist, ist es natürlich trotzdem toll, wenn wir dich unterstützen dürfen, vielleicht ein paar Tipps mit auf den Weg geben dürfen. Also nutze sehr, sehr gern diese Möglichkeit, um auf deine persönliche, individuelle Situation näher eingehen zu können. Also nochmal zurück zu dem Non-Dom-Status. Diese drei Punkte sind eben ganz, ganz wichtig und wenn du diese Punkte erfüllst, dann erreichst du auch den Non-Dom-Status. Natürlich brauchen wir ein paar Belege, wir brauchen Unterlagen für die Behörden. Da haben wir Checklisten, mit denen du dann arbeiten kannst, dass du einfach auf der sicheren Seite bist und genau weißt, worauf es hier ankommt. Und wie gesagt, das Schöne ist einfach beim Non-Dom-Status, was mir persönlich so gut gefällt daran, du hast die Planungssicherheit. Du weißt, 17 Jahre brauchst du dir sozusagen, um dein steuerliches Setup, keine Gedanken mehr zu machen. Denn du bist ja steuerfrei auf Gewinnausschüttung, du bist steuerfrei auf Gewinnausschüttung, Entschuldigung, auf Zinsen natürlich auch, also Gewinnausschüttung und Zinsen. Und du bist auch, und das wissen viele nicht oder verwechseln das, das hat aber auch nichts mit dem Non-Dom zu tun, das ist ein generelles zypriotisches Phänomen, ein zypriotischer steuerlicher Vorteil, du bist auch steuerfrei auf den Verkauf von Wertpapieren. Auch ganz, ganz wichtig, wenn du also beispielsweise Aktien oder Optionen verkaufst, ist das auch steuerfrei auf Zypern. Das ist auch unabhängig vom Non-Dom-Status, das heißt, selbst darüber hinaus hast du die Möglichkeit, von dieser steuerlichen Regelung zu profitieren. Also hochspannend, wenn man einmal das durchrechnet, was hat man für eine steuerliche Belastung in Deutschland, Österreich, selbst in der Schweiz, und dann das gegenüberstellt mit Zypern, dann ist das schon ganz, ganz enorm. Vom Lebensstil, vom Lifestyle mal ganz zu schweigen. Natürlich hast du eine enorme Sicherheit auf Zypern, du hast den Vorteil, dass fast jeder Englisch spricht, du kommst mit Englisch wirklich sehr, sehr weit, du hast natürlich die mediterrane Küche, den mediterranen Lifestyle auch und ein fantastisches Klima. Also Zypern ist da wirklich sehr, sehr attraktiv und macht es einem wirklich sehr leicht, hierher auszuwandern, denke ich. Und es sind nur drei beziehungsweise dreieinhalb Flugstunden von Deutschland, Österreich entfernt. Also wirklich keine große Sache, möchte ich mal sagen, wenn du sowieso online arbeitest. Du bist vielleicht ITler oder Online-Marketer oder Content-Creator oder in einer ähnlichen Branche unterwegs. E-Commerce haben wir auch ganz viel. In diesen Segmenten, dann macht Zypern sehr, sehr viel Sinn und es ist mit relativ wenig Aufwand machbar, hier steueransässig zu werden und von diesen massiven Nondom-Vorteilen zu profitieren. So, und der letzte wichtige Punkt ist die Zypern Limited. Natürlich möchtest du ein Unternehmen innehaben, mit dem du arbeiten kannst. Du möchtest ein Vehikel haben, um deine Haftung zu begrenzen, natürlich um Rechnungen zu schreiben und du möchtest natürlich da die Limited. Das ist der reguläre, zu Recht sehr populäre Weg auf Zypern. Es gibt über 200.000 Gesellschaften auf Zypern. Das ist eine ganze Menge und das zeigt auch, wie populär dieser Standort ist und dass es natürlich kein Zufall ist, dass so viele Unternehmer hierher kommen nach Zypern. Das ist wirklich eine ganz beeindruckende Zahl, wie ich finde. und was brauchst du? Wie kommst du zu deiner eigenen Limited? Was ist da besonders wichtig? Das möchte ich dir einmal ganz kompakt näher bringen in diesem Video. Einmal brauchen wir natürlich die Compliance-Unterlagen. Das ist der Lebenslauf, das ist der Reisepass, die Reisepass-Kopie, das ist die Verbrauchsrechnung als Adressnachweis, das Referenzschreiben vom Steuerberater oder Anwalt. Einfach um zu prüfen, ist der Mandant in Ordnung, ist alles rechtlich einwandfrei, das sind gesetzliche Vorgaben, die du in den allermeisten Staaten auf der Welt natürlich hast. Das ist einmal das Compliance-Thema, das ist eine Formalität in aller Regel und das kann man dann entsprechend abhacken. Das Zweite ist der Firmenname. Wir sollten unbedingt rechtzeitig den Firmennamen prüfen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das Handelsregister ist da sehr eigen. Wir haben häufig mal Namensablehnung, dass das Register sagt, sorry, aber dieser Name ist so in der Form nicht registrierbar. Dann müssen Alternativen her und dann vergeht natürlich Zeit. Deswegen immer wichtig, frühzeitig den Firmennamen prüfen, damit du da nicht irgendwelche Verzögerungen erlebst. Dann der dritte Punkt ist die Erstellung der Satzung. Das ist das sogenannte Memorandum und die Articles of Association. Das ist also die Satzung der Gesellschaft, die wird angepasst an deinen konkreten Business Case, dauert wenige Werktage und dann kannst du diese Satzung als Gesellschafter deiner Limited unterzeichnen. Wir legen natürlich die finale Struktur fest. Wer wird Geschäftsführer? Wer wird Secretary? Wie ist die Gesellschafterstruktur? Brauchen wir ein Holdingmodell? Macht das Sinn? Oder brauchen wir es womöglich gar nicht? Das sind alles Fragen natürlich, die man dann gemeinsam mit dem Mandanten durchspricht und dann in Ruhe entscheidet, wie soll die finale Struktur tatsächlich aussehen. Und wenn das alles steht, wenn das alles vorbereitet wurde, dann geben wir das Ganze an das Handelsregister, Nicosia und innerhalb von zwei bis drei Wochen wird die Gesellschaft eingetragen und dann kannst du schon fast mit der Gesellschaft loslegen. Dann brauchen wir noch die Steuernummer, die Wattnummer, also die Umsatzsteuer-ID-Nummer, das Geschäftskonto natürlich und die Anmeldung bei der Sozialversicherung. Also viele Formalitäten, die dann noch im Nachgang stattfinden. Das dauert auch ein paar Wochen, das ist ein bisschen saisonalabhängig und da gibt es viele Faktoren, die da mit reinspielen. Aber ich würde auf jeden Fall zwei, drei, vier Wochen einplanen für diese Dinge, sodass du im Normalfall nach vier bis sechs Wochen tatsächlich rechnungslegungsfähig bist mit deiner Gesellschaft. Also du kannst nicht nur Verträge schließen, sondern auch abrechnen, Rechnungen schreiben an deine Kunden. Und mit der Gesellschaft arbeiten. Ganz wichtig ist immer auch das Timing, dass man die entsprechenden Schritte miteinander koordiniert, dass man schaut, was machen wir zuerst. Wollen wir erst die Gesellschaft gründen? Wollen wir danach die Immigration machen? Lassen wir das parallel laufen? Gibt es noch im Herkunftsland irgendwelche Wegzugsteuer-Themen, die man unbedingt beachten muss? Wie sieht es aus mit Meldepflichten von Auslandsbeteiligungen und, und, und? Also da spielen jede Menge Themen mit rein, die für das Timing ganz, ganz wichtig sind. Und deswegen auch hier wieder ist es so wichtig, sich einfach individuell deine persönliche Situation anzuschauen. Also, um es einmal zusammenzufassen. Am Ende des Tages brauchst du den Wohnsitz und die Immigration. Ganz, ganz wichtig. Du brauchst den Yellow Slip hier auf Zypern. Du willst natürlich in den allermeisten Fällen zumindest, nämlich immer dann, wenn du Gesellschaften hast, und von Gewinnausschüttungen profitierst oder eben Zinseinkünfte hast, dann willst du in jedem Fall den Non-Dom-Status. Das heißt, hier muss man sicherstellen, dass da alles passt, dass du alle Voraussetzungen erfüllst für diesen Status. Ganz, ganz wichtig. Und dann willst du natürlich die Zypern Limited mit den 12,5% Körperschaftsteuer. Teilweise in der IP-Box sogar nur 2,5% Körperschaftsteuer. Insbesondere für Softwarefirmen und anderes geistiges Eigentum hochspannend. So hast du einen Überblick, was alles benötigt wird. Und sehr, sehr gerne stehe ich mit meinem Team dir natürlich bei diesen Themen zur Verfügung. Das heißt, du kannst dir, wie gesagt, einen Termin aussuchen. Du findest unter diesem Video einen Link. Dort kannst du dich kostenlos eintragen für ein Erstgespräch. Das findet dann via Zoom statt. Aber natürlich kannst du auch jederzeit bei uns in Lanaka vorbeischauen. Und dann können wir einfach mal von Angesicht zu Angesicht deine Fragen durchsprechen und dafür sorgen, dass dein Setup wirklich zu 100% korrekt aufgesetzt ist, sodass du viele Jahre mit demselben Setup arbeiten kannst. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht anfängt, alle zwei, drei Jahre das Setup neu aufzusetzen, weil irgendwelche Fehler gemacht wurden, sondern dass das Ganze wirklich von Anfang an mit einer gewissen Planung natürlich, mit einer gewissen Weitsichtigkeit geplant wird, sodass du da einfach von einer Beständigkeit profitierst und das Setup viele, viele Jahre so anwenden kannst. Und da ist Zypern auch sehr, sehr stabil. Das muss man auch dazu sagen. Zypern ist ein angenehm stabiler Standort. Wir haben nicht diese ständigen gesetzlichen Änderungen, was die Steuergesetze anbelangt. Im Gegenteil. Zypern weiß, der Gesetzgeber weiß, dass die Leute, die Unternehmer auf die Insel kommen, wegen der Stabilität, wegen der Steuervorteile. Und das ist etwas, wo hier Zypern sehr, sehr viele Jahre dafür schon einsteht. Und auch in Zukunft, meines Erachtens, da bin ich felsenfest überzeugt, auch ein attraktiver und sehr stabiler Standort bleiben wird. Also, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick geben und freue mich schon auf unser persönliches Gespräch. Ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir eine angenehme Zeit und bis ganz, ganz bald. Gib mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und stell auch gerne Fragen in den Kommentaren. Da gehe ich auch sehr, sehr gerne drauf ein. Ganz lieben Dank und bis bald. Dein Florian Wilk. Dein Florian Wilk Dein Florian Wilk Dein Florian Wilk Bis zum nächsten Mal.